der letzte sitz oscar und eddie fahren mit dem bus ich freue mich auf mein sofa ich bin echt fix und fertig ich auch mein tag war wirklich anstrengend es gibt nur noch einen freien sitz bitte setz dich du bist älter als ich was ich bin nur ein bisschen älter aber du hast schon graue haare wann hast du zuletzt in den spiegel gesehen ich graue haare es ist ein sitz du bist echt fix und fertig nein ich habe total viel energie ich gehe jeden tag ins fitnessstudio du bist wahrscheinlich müde weil du so viel sport machst ich kann stehen oscar ich kann auch stehen eddie ein teenager kommt in den bus cool da ist ein freier sitz ich muss nicht stehen ich kann auch Untertitelung des ZDF, 2020